erst mal vielen dank auf jeden fall die leute die gerade zuschauen so also 2100 hätte ich nicht gedacht ich wollte es eigentlich auch auf instagram teilen aber ich traue mich nicht weil es mir zu unangenehm ist aber ich mache es glaube ich trotzdem kurz auf instagram seid ihr bereit für eine kleine fragerunde ist jetzt ein bisschen zu leise finde ich wieder oder ein bisschen bisschen lauter ein bisschen lauter ist schon richtig glaube ich deine story lädt nicht hoch ich bin die ganze aktualisieren das funktioniert nicht sind wir zusammen nein scheiße scheiße da will jemand unbedingt dass wir auf youtube ja auf youtube auf youtube stream wäre auch einfacher auf youtube stream wäre auch einfacher das problem ist erst ist es dann nicht einfacher und zweitens ist auf youtube ist ja schon das publikum da das ich sowieso schon erreicht und bei twitch das ist ja das wollte ich auch sagen warum ich überhaupt unterwegs weil bei twitter das spannende ja dass ich das gefühl habe hier sind ein bisschen ältere leute bei den fragen die hier teilweise gestellt werden bin ich mir unsicher und das fand ich ganz spannend eigentlich ein bisschen anderes publikum und diese leute mal zu erreichen ist irgendwie ganz cool verglichen mit anderen sachen brauchst du mods ich brauche mods aber ich weiß nicht wie man sie einstellt das wäre cool ich kann dir einen eigenen bot programmieren was soll ich damit im bot machen das ist eine spannende frage jonas folgst du denis noch bei instagram nein zu ich nicht ja die story lehrt jetzt hoch das wlan ist leider nicht so gut ich bin überhaupt froh dass es noch nicht abgestürzt ist ich habe er leute ich habe hier momentan das ist wirklich so eine katastrophe ich habe momentan internetprobleme hier also eigentlich schon seit einem monat genau genommen und das problem ist es also es kriegt kein also ich sage euch es hängt mittlerweile es waren schon drei techniker hier und die techniker sagen die hausverwaltung ist dafür verantwortlich die hausverwaltung sagt nein das müssen die techniker von der von der telekom hinkriegen und das macht mich aggressiv ich sage den immer beide ja ihr wirklich richtig krise das problem wenn man internet probleme hat man ich würde gerne wissen ob diese audio effekte funktionieren ist es cool wissen leute ich habe nämlich ganz viel möglich also ich habe wirklich sehr viel mühe hier rein gesteckt ihr müsst euch vorstellen wirklich sehr viel in das hier zum beispiel passt auf ich bin sehr stolz darauf merkt ihr es ich kann die farbe wechseln was deine lieblingsfarbe du darfst du darfst nur rot oder blau sagen was deine lieblingsfarbe ach krass blau echt habe ich das sieht am coolsten aus ja also das hat wirklich sehr viel zeit gekostet es sind wirklich also auch sehr nette leute hier das finde ich sehr gut finde auch sehr den fragen sind sehr nett wie geht es euch wie oft habt ihr sex ist alles klar bei euch sind alle alle sehr humane fragen sehr ehrlich mag ich mag ich sehr kannst du mal real talk zu denis machen würde mich echt interessieren ich finde dass es also hier ist es hier findet das gerade erst mal keinen platz aktuell aber vielleicht erst später irgendwann sehr cooler stream vielen dank ich habe den stream versehentlich auf englisch gestellt und deswegen tut es mir sehr leid für alle extrem hysterischen engländer und amerikaner die hier gerade zuschauen und wütend sind dass sie nichts verstehen ich habe ich kriege es nicht besser hin ich bin ehrlich hast du noch eine andere lieblingsfarbe außer blau zum beispiel rot finde ich auch schön war es ein zufall wie hast du das denn gemacht keine ahnung ich weiß auch nicht okay wenn sag mal irgendwas lustiges was lustiges scheiß war zu leise ich habe es gibt sehr viele tolle effekte hier wie lange hat es gedauert das einzustellen ungefähr anderthalb wochen am stück ich habe nicht geschlafen und diese bilder die da sind dass du das auch selber gemacht ja die bilder habe ich selber eingestellt ich habe ihr kennt das bestimmt ich habe so ein bisschen dieses stream decks heißen die von stream weg und ich habe sehr viel mühe da eingesteckt dass es funktioniert das was schreibt die person da rein was wo ich magst du döner war eine frage magst du nachher wollen wir einen reality check machen wollen wir einen reality check machen ob das hier echt ist oder ein traum also glaubst du das ist echt gerade das ist ein traum echt meinetwegen oder auf gar keinen fall okay seid ihr gut befreundet ich würde selina nicht als freund bezeichnen sondern als er als insekt quasi aus der niveau eingedrungen ist nicht mehr raus geht aktuell und sklave ja ich lege selina auf der couch nein auf dem boden also die couch wäre ein bisschen zu viel luxus deswegen aber ich lege immer so ein handtuch auf den boden das fühlt sich auch wohl ganz schön ich war auch in perth und der feueralarm ging so oft an warst du zu der gleichen zeit wie ich da weil als ich da war war da wirklich fast jede nacht an das war so geisteskrank nochmal zu der frage was bots machen die nicht so viel schreiben bitte gerade mal kurz nicht so viel schreiben ich muss lesen die löschen automatisch links caps locks rassismus und so weiter dann kannst du noch eigene command zuzufügen und nachrichten alle exekunden ich könnte sowas programmieren ist echt korrekt also ich muss mehr ich schaue mir das mal an weil ich finde twitch eigentlich mega nice so also ich finde es mega kursen hier so alles machen kann und und auch richtig spannend deswegen also cool dass ihr alle da sind nicht komplett sauer seid dass es das so lange hier nichts funktioniert hat ist langsam aber sicher geht es muss man wie findest du diese musik alles lizenzfeier musik weil ich sonst gestrikt werde ja es gibt keine coole musik hier davon oder darf man bei twitch normale musik einfach benutzen oder davon auch nur aber wie ist es denn mit bestimmten wörtern die man nicht sagen darf weil das auch so ein problem hier welche würde würdest du dich also würdest jetzt nicht sagen fängt es mit f an auch ja es sind viele weil ich glaube man darf manche wörter nicht sagen oder ich weiß es nicht genau ich weiß was wir machen können wir können erst mal machen hallo und herzlich willkommen zu unserem live stream absolute katastrophe staffel 3 macht reactions wir könnten tatsächlich reactions machen auf irgendeine auf irgendwas defekte sind sehr sehr leise die leute sind sauer die leute sind richtig sauer das ist cool aber es ist eigentlich cool mach mal try to try not to cringe bei denis videos also es ist aber eigentlich weiß es ist sehr cool was man alles machen kann bei twitch und ich muss mich echt hier ein bisschen rein fummeln und dann ist eigentlich dann kann es glaube ich echt sehr lustig werden macht ihr noch was neben macht ihr irgendwas beruflich nebenbei doch neben youtube das machst du dich gerade über das berufs berufsfeld lustig ich bin studentin echt studierst du gerade gerade nicht okay coole studentin wenn du den stream auf deutsch machst dann sehen die deutschen die ich auf der anfangseite das ist ein guter punkt das ist richtig guter punkt ich versuche es jetzt wirklich mal moment musst du dafür wieder beenden werde ich schon mal gar nichts ich gehe auf einstellungen erweitert der herr geht schon mal gar nicht hier vielleicht jonas melden ich könnte mich jetzt selber melden und gucken was passiert ich glaube das kann man nicht während des machen oder also jedenfalls nicht dass ich das hier sehe beim nächsten mal werde ich das machen ach guck mal namira hat jemand gesperrt ach namira das ist cool dass du dass du jetzt mord geworden bist das ist irgendwie ist es passiert aber ich kann dir vertrauen glaube ich das ist gut selina ist ja nur deswegen traurig was würdest du sagen ja wir sollten immer ein bisschen sperren damit das nicht sieht und traurig wird ok ok kassel sind fast 3000 leute das finde ich wirklich mega korrekt 3000 leute weißt du du musst ja vorstellen auf meiner schule sind 1500 leute gegangen und es waren geistrank viele und wenn ich in der aula ein auftritt hatte was jetzt nicht so oft vorkam war ich unnormal nervös und es haben nur 500 leute in dieser aula reingepasst und jetzt gerade sind auf 500 bezogen sind einfach viel mehr leute dabei das ist schon krass oder was für ein auftritt hast du denn in der aula gehabt literaturkurs theater vielleicht das war cool das hat bock gemacht hast du theater vorstellen gemacht also ich nicht ich alleine sondern ich war im theater dabei hast du was nie gemacht literaturkurs film was hat er für filme gemacht zum beispiel den zombie film den ich dir noch nie gezeigt habe die willst du immer zeigen die immer willst du mir diesen zombie film zeigen ich finde den so cool aber er ist so scheiße nice